Moin liebe Leute und herzlich willkommen zum nächsten ETS 2 Let's Play mit mir und mit Peter. Ja, wir befinden uns in Bergen und werden jetzt eine kleine Tour fahren nach Mannheim. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns auch gleich wieder nach dem Intro. Bis gleich. Liebe Leute und herzlich willkommen zum nächsten ETS 2 Let's Play mit mir und mit Peter. Ja, wir befinden uns auf der Fahrt von Bergen aus nach Mannheim und fahren Mineralwasser. Ja, 25 Tonnen halt. Eine kleine gewöhnliche Runde halt, ne. Wie immer. Und ja, wir haben, oder ich habe jetzt auch meinen Spätfahrer schon gestartet. Und ja, jetzt kann es auch schon losgehen. Deswegen, ja, Abflug. Ja. Es kamen leider, ähm, ja, in den letzten paar Tagen keine Videos von mir, da ich auch ein bisschen noch erkältet bin. Ja, und meine Stimme noch ein bisschen, äh, ja, ich höre mich dann zum Beispiel wie im Stimmbruch. Deswegen, äh, obwohl ich ja schon lange nicht mehr im Stimmbruch drin bin, aber naja, so passiert es einfach, wenn man erkältet ist. Und ja, deswegen sind keine Videos von mir gekommen. Ich glaube, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber nichtsdestotrotz, ja, Leute, ich sehe es ja, was ihr da macht, denn ich habe jetzt schon über 1130 Aufrufe, nur alleine von den Videos. Und da muss ich erstmal sagen, danke. Denn ohne euch würde es echt nicht gehen. Und, hey, dankeschön. Echt, vielen Dank, vielen Dank. Ja, des Weiteren, äh, ja. Ich hatte ja geplant, einen Mega-Convoi zu machen. Äh, jetzt weiß ich nicht, ob das klappt. Aber wir werden sehen. Ich hoffe mal, das funktioniert schon aus. Und, äh, deswegen muss ich da mal schauen, ob ich nicht, äh, den Mega-Convoi mache. Ich habe da ja noch mit ein paar Leuten zu reden darüber. Das werde ich wahrscheinlich heute sogar noch machen. Und mal schauen, wie es wird. Und ja. Ich werde, äh, diesen Kanal irgendwann, ja, nicht schließen, sondern, äh, ja, wird umgebaut werden. Denn, äh, ja, wie es ja immer in meiner Intro sieht, äh, heiße ich ja da nicht dann Peter Fee, sondern Peter LP, also mein Fünsler-Nahm. Und deswegen wird es dann da passieren, dass ich dann, ja, neu quasi den Kanal aufmachen werde. Äh, wann das genau kommt, das kann ich euch nicht sagen, aber wahrscheinlich in der ersten September-Woche. Oder in der zweiten September-Woche. Mal schauen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie der Multiplayer heute wird. Und, ob sie da nicht was getestet, äh, ob sie da nicht was umgebaut haben. Würde mich nochmal brennend interessieren. Weil, nach dem neuesten Update irgendwie vom Multiplayer, äh, ist jetzt zum Beispiel der Euro3-Server nicht mehr drauf, sondern der Trial-Trial-Test, also, keine Ahnung, was die dazu gerade machen. Keine Ahnung. Aber, muss man mal schauen. Ah-ha. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020